Achso, du bist... Okay. Wartet auf mich. Warte mal, 55? Eisig. Das ist auf der Zos-Insel, oder? Das kann gut sein. Oder direkt gegenüber. Egal, in da. Oder bei der großen, an diesem Schniepel da. Genau. Gegenüber. Okay, dann hätte ich jetzt, glaube ich, doch lieber den Bowser. So weit kann ich nicht schwimmen mit dem. So, ich bin ja da. Bebe, du warst weg? Ja, hab ich doch gesagt. Es geht natürlich in dem Toro Babo wieder total unter, wenn ich sage, ich bin mal kurz weg. Ja. Ich glaube, ich schnapp mir jetzt mal den Bowser und kommt dann noch hinterher. Ich hab halt immer noch diesen blöden Buff, ne, von den Rare Sidingen. Ja, der hält voll lange an, ne. Ne, ich hab ja doppelt Buff. Weil ich zwei Rare Sidingen schon gefressen hab. Ja, ich hab ja noch Energy drin. Oh oh. Ja, jetzt komm ich hier wieder nicht durchs Tor. Das alte Problem. Bin ich mal gespannt. Das alte Problem. Wir müssen aber aufpassen, wenn wir die Mauern sehen können, ne? Mhm. Ich hab jetzt ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass es mit gekochtem Fleisch schneller geht. Doch. Geht's aber. Doch. Ein bisschen auf jeden Fall. Ich sag's mal so, nach fünfmal hochfüttern wirst du's noch nicht merken, aber so nach zehn Minuten merkt man bestimmt schon deutlich den Unterschied, dass man da schon deutlich mehr hochgeheilt hat, als mit normalem Fleisch. Ist das ein Indominus? Ist das ein Indominus? Ich glaube ja. Das ist hinter der Mauer. Ja, Nami, eigentlich musst du den noch tamen, ne? Wen muss ich? Das? Guck mal, da ist er. Man sieht ihn sogar. Ne, 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 ne. Ich mach gar nichts. Da sind ganz viele Flöße von uns. Nami muss heilen. Genau. Wir haben sie gefunden. Nami ist die Heilerin. Ach, Nami nennt mich die Heilerin. Nami heißt jetzt Support. Nami ist Support. Support. Müssen wir mal den Support anrufen hier. Ah, der ist auch schuld, wenn alles falsch geht, ne? Hier, please. Ja. Nein, dann möchte ich das nicht. Spielbeer hat's kaputt gemacht. Ja, ich war's. Ich geb's ja zu. Ich bin schuld. Ich hab's kaputt gemacht. Aber ganz ehrlich, ich war auch sehr verwirrt, weil das mit der Leiste, das hab ich noch nicht vorher gesehen gehabt, deswegen war ich da jetzt etwas irritiert davon. Wir brauchen Motorboote. Ja, wir brauchen echt Motorboote. Also, Nami, wenn du grad arbeitslos sein solltest, nachdem du die Tiere hochgeheilt hast, dann kannst du bitte gerne mal gucken, was wir für ein Motorboot brauchen und sich vielleicht schon mal so ein bisschen drum kümmern, das zu besorgen. Ach, ich spielbe. Wie viel Movement Speed haben eure Rechse? Schwarze Perlen haben wir sogar tatsächlich. Keine Ahnung, ich fahr grad. Was haben unsere Rechse? Movement Speed. Wie viel? Muss ich nachgucken. Äh, 122 Prozent. Okay. Also, ich war grad mit meinem Rechse schneller als ein Spino. Ähm, und der hat aber, glaub ich, 141 Prozent. Richtig. Du hast auch Movement geskillt, oder was? Ja, also das ist schon nicht mehr der Rechse, auf dem ich jetzt sitze, der hier hat 125. Ähm, aber mein Shadows, ne, Bitch, hat, ähm... Shadows, kiiiih! Kannst du bitte den Namen nicht voll aussprechen, bitte? Ja. Sag doch einfach nur Shadows B-Punkt. B-Punkt? B-Punkt, okay. Oh nein! Auf jeden Fall, der ist schnell genug für... Ich finde, das ist einfach Shadows Rex. Genau, Shadows Rex. Shadows Rex, genau. Ja, das ist ein Hai im Wasser, oder sowas. Ein Hai im Wasser, oder sowas? Das, oder sowas hat mir gefallen. Ja, jetzt, wir müssen jetzt aufpassen, weil... Nicht, dass wir die Parkmauern sehen, ne? In der Nähe von dem Ding. Von wem jetzt nochmal? Von Zos? Ja. Also, bei mir kann's nicht daran liegen, dass es zu dunkel ist. Ich würde alles sehen. Ja, bei mir sieht jetzt auch hell... Alles hell aus. Komm, hier die Thorosaurier her. Äh, was für ein Dinosaurier? Ja, die Textur verliert, wenn er getötet wird. Ähm... Ich glaub, ne Carbonem ist was... Ah, Raptor! Achso, ja, stimmt. Ja, ne Carbonem ist was. Die kann mich runtergehalten. Ach, stimmt, ich hab ja auch den Buff von der Rare Sighting, weil ich die ja auch getötet hatte, lol. 55, 30, der müsste doch weiter hier sein. Oh, dann krieg ich ja jetzt XP. Wenn sie nicht schon drüben ist. Oder? War das nicht so? Double XP Boost in 20% Boost zu wenig Damage und Stamina. Ich hab Raptoren hinter mir? Ne, Shadow. Boah! Achtung, da ist ein wilder Rex. 35, 30. Ihr seid jetzt auf der Kusen. Oh, da drüben sind schon, wie sagt, berittene Leute. Berittene Leute, das ist gut. Das ist eine Sattel. Besattelte. Okay. Dann hat sie die Carbonemes bestimmt da drüben. Ja, wir haben sie bestimmt Zorgen da. Und da ist auch die Carbonemes. Ja, das können wir vergessen. Aber wir können sie anschießen, oder? Sie fressen. Eben, aber ich hab keine Munition, scheiße. Also ich hätte Munition. Ja, mach doch. Ich hab keine. Warte mal, ne Moment, halt, stopp. Wegen den Mauern und so halt. Ich seh keine Mauern. Weit und breit keine Parkmauern in sich. Ich seh grad auch keine. Wir können zur Sicherheit noch ein Stückchen weiter nach vorne gehen am Strand hier. Ich seh auch keine hier, aber... Ich glaub auch, wenn wir... Warte mal, ich töte mal den Rex hier. Weil die Parkmauern müssten links hinter diesem Berg doch sein. Hier, ich brauch mal... Oh, die sind mit Spino vor der Hand. Ich bin untergebrüllt worden hier, hallo? Ja, ich auch. Er hat die Morphe dann am Hintern. Ja, Gott sei Dank. Seid ihr da bei diesem Schniepel? Ja, sonst stört er uns hier ständig. Komm schon. Ich kann nicht auf den... Es ist noch einer. Ritzi, Ari, seid ihr da bei dem Schniepel? Ja, wir sind hier vorne. Da will... Naja, also der Spino da tastet, glaub ich, an da drüben. Also ich kann nicht schießen, ich hab keine Munition. Wenn, dann müsst ihr zwei schießen. Ich hab noch Muni von Baloo vorhin geklaut. Okay, ja, dann nimm mir mal die Baloo. Warte, warte. Ah, warte mal, das kann ich auch gut gebrauchen hier, die Spieke da. So, dann laden wir mal und schießen. Ich treffe eh nix. Auf die Entfernung schon gar nicht. Das ist leider die Schildkröte nicht, die würde ich gerne treffen. Ja, ne? Die würde dann ja eigentlich rüberkommen. Ist das die Schildkröte, die dazwischen... Irgendjemand hat hier rüber geschossen. Der Raptor, der Raptor, dein Indy, dein Indy schwimmt drüber. Wieso schwimmt die denn da rüber? Die Schildkröte kommt, ich hab sie getroffen. Achso, weil die den Rex hier getroffen hatten, deshalb. Ich hab die Schildkröte getroffen, sie kommt. Indy, komm hierher. Welche Schildkröte ist denn das eigentlich? Wie sieht die aus? Die, die gerade von zugeschwommen kommt, oder? Und ich kann nicht schreiten, ey. Oder ist es die da neben? Ich weiß es nicht. Ich hab beide getroffen. Ja, ich hab auch beide getroffen. Ja, schießt alle auf die Schildkröte einfach. Schießt mal weiter. Ja, sie schützt die Schildkröte, die braune, mit dem braunen Rücken. Was? Ja. Achso. Sie schützen die Schildkröte mit dem braunen Rücken. Die versuchen sie davon abzuhalten, hier rüber zu schwimmen. Auf der rechten Seite die Schildkröte, die ist die richtige. Was ist denn Sarko? Ja, die glitzert. Die glitzert auch. Ja, ja, die, die weiter weg ist. Hab auch getroffen. Und ich kann nicht snipen. Ich hab Mario erschossen. Ja, sehr gut. Warte, ich will das nochmal machen. Oh, scheiße, daneben. Ich will nochmal. Wenn da zu viel hinter uns der Indominus ist Leon. Das bin ich, ja. Gut. Ja, die hat ein Geweih, die Schildkröte, lol. Ja, die ist ja auch Endlord. Was ist die? Endlord, die hat ein Geweih. Was ist denn Endlord? Ich rede nicht mehr mit dir. Warum? Ich versuch grad, den Reiter da hinten zu erschießen. Jetzt rennt er weg. Endlord. Oh, schade. Ich muss natürlich wissen, was Endlord ist. Ich wollte doch wen erschießen. Ja, gerade du musstest das doch wissen. Da war noch ein Speedball im Wasser. Ja, letztens nicht mehr. Haben sie die jetzt umgebracht, die Schildkröte? Nee, es kam keine Meldung. Die schwimmt immer noch auf uns zu. Warte, ich geh mal ins Wasser. Pass auf, ne. Ich glaub, sie haben aber jetzt auch gegeben. Dann schießt du mal weiter, Spiegel. Ich mach das mit dem. Ich kann unter Wasser nicht schießen. Sie schwimmt gerade zurück. Sie schwimmt so nach links jetzt. Ich kann unter Wasser nicht schießen, leider. Also, warte mal. Ich geh raus aus dem Wasser. Ja, es ist aber nicht so einfach. Das ist die falsche. Über Wasser seh ich sie. Jetzt hab ich sie wieder getroffen. Ich glaub, sie kehrt wieder um, ja. Das geht echt nicht. Ich hab sie wieder getroffen. Warte, wenn ich drüber schwimme, dürfen die mich doch nicht angreifen, oder? Nee, warte mal. Nee, bleib mal hier noch. Aaaaaaah. Ich will die Schildkröte fressen. Nee, darf ich auch nicht mehr, ne? Nee, wenn die ungetamed ist, nicht mehr. Nee, dann zählt die mich in der Leerebauer. Genau. Ich darf sie wieder zustellen, dann können wir schön schnacken. Wenn sie hier drüber ist, dürfen wir auf sie... schießen. Eigentlich hätten wir, ähm, wenn das ein krasser Regelbruch gewesen wäre, lohnt's doch schon... Oh, ja, das war's dann mit dir. Es ist tot, ich hab's erschossen. Sehr gut. Oh. Oh nein. Ey, so die Schnauze. Also ich hab meine PvP-Erfolge, ich hab Mario erschossen. Da, zurück, Leute. Also ich hab keine Mauern gesehen, nochmal fürs Protokoll hier. Ja, ich auch. Nicht da, keine Mauern, da, nirgendwo Mauern, Mauern, also nicht da. Ab auf den Rechtsfluss zu den Flößen. Nee, wir können ja erstmal hier auf der Insel bleiben, es ist doch schön die Mitte. Ja, genau, es stimmt, wir warten einfach mal, wo die nächste auftaucht. Heute ist die Session der sterbenden Rare Sightings irgendwie, oder? Ja. Stimmt, stirbt irgendwie eine. Ja, es wird keine mehr gezähmt, ey. Hatschig. Es hatte ein Geweih. Ich dachte, es wäre ein Hirsch gewesen. Tut mir ja leid. Ein Hirsch. War eine Schildkröte mit Geweih, sowas kann doch nicht gesund sein. Das ist übrigens ein Indoraptor, 100, au, 35. Das ist auf mich draufgetreten, dieses Bufi. Wie kann man das essen? Das gehen manipuliert, das kann man nicht essen. Jurassic Park Tyrannosaurus, achso, ist im Level aufgestiegen. Ah, hier ist ein Mikroraptor. Oh, 65, 45. Oh, das ist doch hier irgendwo, das ist doch gar nicht. Das geht nicht weit weg, einfach geradeaus. Also, sie läuft zu Lea, in der Hoffnung, dass Lea sie beschützt. Oh, Lea steht einfach nur da so. Ich habe es voll nicht mitgekriegt, ich habe auf die Karte geguckt. Ich stelle meinen Raptor jetzt nochmal auf die Karte. Der ist ein bisschen pink und der ist 150. Ich sehe den Namen. Oh Gott, ey. Gleich schickt Nami hier. Alter, der kommt auf uns zu. Du musst ihn nur selber zählen. Wir müssen den jetzt töten. Der schreift. Ja. Schießt schnell den. Ah, ich habe was am Hintern. Hilfe. Was? Ich kann... Dankeschön. Wer macht denn jetzt hier was? Hallo, Rex sitzt 10 oder nicht? Ja, 10, aber lauft erstmal an ihm vorbei. Wir müssen zu Rear Siding. Wir müssen zu Rear Siding, ich wollte gerade sagen. Welches Level war der denn jetzt? 150. Achso. Deswegen. Das war doch die Eskalationsding. Okay, wofür müssen wir hin? Was für einen Vieh suchen wir? Ein Raptor. Raptor. Aber wo war das? 65, 45. Einfach hier quer durch. Oh Gott, hört den Rex da hinten an. Oh Gott. Das ist ein Spino. Der ist aber nicht beritten. 145. Nicht? Der ist nicht beritten, nein. Tatsächlich. Guckt euch den Rex da an. Was? Ich will ihn haben. Ach du Scheiß. Ich will ihn haben. Nein, das sieht aus wie ein Quietschel-Gummientchen. Nein! Oh, diese Kack-Mikroraptoren. Ich will auch ein Gummientchen sehen. Wo sind die Gummientchen? Bei mir. Woher? Ja, ich habe meinen Indoraptor auf neutral gepfiffen, damit sie getöten kann, wenn was passiert. Ich muss gehen. Später muss ich wieder dran denken. Was suchen wir nochmal zurück? Ich bin hier. Isla Sorna will uns wie Raptor. Isla Sorna Raptor. 65, 45. 65, 45. Er ist doch bestimmt wieder da, wo der andere von mir war. Hier lang, Hadewan, unsichtbarer Kano. Stimmt, stimmt. Stimmt, stimmt. Wir sind Zitronen. Was stimmt? Wer sagt? Hier bei den Koordinaten haben wir schon mal einen Raptor gefunden am Anfang der Session. Und der war hier oben. Na dann. Dann gehen wir da jetzt hin. Wir sind sowieso an den Koordinaten gerade so halbwegs. Aber jetzt ist hier keiner. Hier drüben ist er. Wo? Rechts. Hier rechts. What? Oben da. Oh shit, ich wurde von dem Rex runtergebrüllt. Ja, ich auch. Ich werde gefressen, Leute. Und mein Indy steht auf neutral. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich dachte, ihr twittert den Rex. Wie denn? Ich war allein. Ich wurde runtergebrüllt. Ja, Indy hat ihn jetzt wahrscheinlich gefressen. Ja, hat er. Mann, ey. Da war doch irgendwer neben mir. Warum fressst du denn nicht den Rex? Na, weil ich auch weggebrüllt wurde. Das habe ich doch gerade erzählt. Aber davor doch nicht. Scheiße, ich sage ja, heute ist der Tag der sterbenden Rare Sightings. Wollen wir jetzt einen der Rexe tanken? Welche Rare Sighting wollen wir jetzt töten? Mal gucken, welche gleich kommen. Nieder mit dem Raptor. Ich versuche jetzt nochmal zu euch zu kommen. Wir haben jetzt einen Vorsprung. Theoretisch könnten wir sie alle töten. Dann würde keiner mehr weiterkommen. Das wäre aber ein ziemlich mieser Schachzug. Das wäre schon ein Glacialisaurus. Ich sage mal voraus, dass der nicht bleiben wird. Gute Voraussage. Ja, um das Motorboot zu machen, brauchen wir 400 Polymer. Und um so viel Polymer zu machen, brauchen wir ganz viel Obsidian. Du bist nur auf die Nachbarinsel. Ich will da nicht hin. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Das ist direkt rechts neben unserer Insel. Ja, rechts neben unserer Insel. Okay, pass auf. Nein, wir machen das anders. Pass auf. Du farmst einfach alles zusammen, was wir ansonsten außer dem Polymer brauchen. Und dann kümmern wir uns ganz zum Schluss um das Polymer. Okay. Weil dann musst du vielleicht nicht unbedingt drüber, weil das dann vielleicht einer von uns macht. Das wäre so toll. Oh nein, ich werde niemals leben zu euch kommen. Has been spotted. 4040. Er bleibt. Wo ist denn 4040? Auch bei uns auf der Insel. Nee, nicht bei uns. Das ist unterhalb. Welche sind noch da, wo ich gestorben bin? Oder? Das ist bei uns auf der Insel. Ja, ja, wir sind noch da gerade. Ich weiß es nicht. Könnte sein, ja. Okay, lasst uns mal... Kann jemand mein Zeug in Indie reinpacken und sie mitnehmen? Ich glaube, Indie habe ich dabei. Ich habe dein Zeug nicht gehört. Dein Zeug nehme ich mit. Nimm bitte mein Zeug mit, ja. Ja, Lea macht das. Wichtig. Die neuen Agro-Saurier sehen übrigens cool aus. Besser als diese komischen... Ich habe die noch gar nicht gesehen, lustigerweise. Wo kann jetzt das Vieh sein? Ich riesgolde. Das ist auf der Insel. Naja, Moment. Wo war das jetzt? Halt, Moment. Nach meinen Informationen kann das sowohl hier noch auf der Redwood-Insel am Strand sein, aber es könnte auch bei uns auf der Insel am Strand sein. Also gehe ich jetzt hier unten am Strand gucken und wenn der nicht da ist, dann nehme wir uns an den... Richtig, genau. Wir gehen jetzt zum Redwood-Strand und dann, wenn der da nicht ist, dann gehen wir zu unserer Insel und suchen da. Ich bin schon voll am Fliegen. Also voll am Fliegen. Ich gehe da jetzt hin. Mich irritiert das voll, dass ich wie eine Rare Sighting-Glitzer gerade. Hoffentlich will mich keiner zähmen dann am Ende. Ein Rare Spielbär. Ja, stellt euch mal vor, da hat einer ein Rare Spielbär im Park stehen dann. Das wäre eine Attraktion. Das wäre mal eine richtige Attraktion. Aber hoffentlich kriege ich dann auch ein schönes Gehege und so. Bin ich traurig. Einfach nur ein Käfig. Also ihr geht jetzt an die gegenüberliegende Küste da quasi, ne? Bei 40-40? Was war denn das jetzt nochmal? Hilf mir, ich kann mich... Ich kann nicht reinpassen. Hilfe, hinter mir. Ja, warte, ich muss mich umdrehen. Ja, es dauert... Nee, ich kann nicht. Ich bin von Indy geblockt. Es dauert, es dauert. Ich habe einen Wendekreis hier. Ich kann nicht hexen. Hex, hex. Bist du nicht Spielbär-Blocksberg? Hi, Nami. Was? Oh, hier ist ja eine Schnecke. Hi. Hi, Ritzi. Und? Wie geht's? Schön hier. Okay, also hier ist kein Raptor, oder? Kein Rare Siding? Sonne mich so ein bisschen, bis ich wieder auf Indy sitzen kann. Nein. Hier noch ein bisschen mehr gucken. Du musst das noch ein bisschen näher ranfangen, oder? Ja, da... Geht's? 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 Pass auf, Indy. Ja. Alles gut? Ja, jetzt muss Indy noch rauf. Indy ist doch schon rauf, oder? Okay. Ja, mehr oder weniger. Wenn du fahren kannst, dann ja. So, Achtung. Du musst mal ein bisschen gucken. Wir fahren jetzt mal links an unserer Insel vorbei. Und du kannst mal ein bisschen schauen am Strand, ob da irgendwo die Rare Siding ist. Okay. Ach mal, Leute. Dieser Rex, der wäre es gewesen. Raptor, ne? War das jetzt? Mhm. Ja, ich... Wieder ein Raptor. Mhm. Ja. Soll man nicht warten, bis es ein anderer gibt? Also, mit denen habt ihr nicht so wirklich viel Glück. Ihr solltet euch auf Schildkröten beschränken. Irgendwie... Sagt uns an 10 Experten hier. Naja, ich... Ich kann ja nur sehen, ne? Ja. Also, ein Raptor ist hier, aber ich kann ihn nicht antworten. Aber die Reichweite der Rex ist irgendwie schon höher, oder? Die ist generell krass. Da ist doch ein Raptor am Strand. Guck mal. Ja, hier ist einer. Ist das der zufällig? Ich kann die... Ich glaube, kein Fernglas. Aber ich glaube, er glitzert nicht. Wer hat denn ein Fernglas? Na hier rechts, der orangene. Ist er nicht? Er glitzert nicht. Seid ihr noch drüben auf der Redwood-Insel? Nein, wir sind schon bei uns jetzt. Ah, rechts. Oh, ich... Ist doch ein Islas Horn-Hraptor, oder? Ähm... Ja, ich glaube schon. War das ein Islas Horn-Hraptor? Das ist nämlich ein Isla-Nublar-Hraptor. Okay. Ähm, ja. Möglich. Keine Ahnung. Wir sollten vielleicht mal hier so ein bisschen in die Bucht reinfahren. Da könnte hier auch sein. Wollen wir nicht laufen? Da sind wir schneller, als wenn wir fahren. Ja, könnten wir auch. Warte, dann muss ich aber anlegen. Moment. Fritzli, bist du jetzt noch in der Base? Ja. Ist das da ein Rugops noch? Ich bring dir mal kurz deine Sachen auf. Ich bring dir mal kurz deine Sachen auf. Und Indy. Äh, Indy, bist du draußen vor der Tür? Töte mal den Rugops, Lea. Vor der Tür? Wir müssen jetzt hier anlegen. Äh, ja, links rum, ne? Der, der... Haupteingang. Haupteingang, genau. Okay. Und da ist auch Lea mit deinen Sachen. Toll, da bin ich eben gestorben. Au, Indy nervt. Ich bin schon wieder da. Mann. Indy nervt nicht. Indy rettet mir wenigstens den Arsch. Ja, Indy hat die Seite umgebracht. Ja, um mich zu retten. Das nennt man Loyalität. Ist das so ein Dominion? Ich schlag sie eben rein. Okay. Das ist ein arme Tier. Ich muss jetzt dringend schauen, wo die Rare Sighting hier bei uns sein könnte. Ja. Du, Ari, du begleitest mich, ne? Ja, ich bin da. Alter, wie viele Rexi hier rumlaufen? Oder? Wow. So. Oder, ach nee, da hinten ist die U9. Warte, das ist noch deins? Das war noch deins. Die Mappus-Saurier sind das da hinten. Und das war noch deins. 4040. Stimmt. Und meine Rüstung. Ist das? Bist du runtergebrüllt? Ja. Okay, dann gehe ich inzwischen. Aber Werkzeug habe ich nicht. Werkzeug fehlt mir noch. Oh, der war ja low. Oder ist da irgendwie was zu hoch? Habt ihr gelesen? Was haben wir gelesen? Was Lons da gerade geschrieben hat. Nein, haben wir nicht. Beim nächsten Mal kommt ein Destroy Wild Dinos. Also wenn ihr jetzt was zähmen wollt. Ja, 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 ja. Was heißt jetzt beim nächsten Mal? Also der pinken Rex wäre natürlich eine Option, ne? Ja. Aber er ist halt so ziemlich genau vor der Zoss-Base. Jetzt frage ich mich auch, was jetzt mit beim nächsten Mal gemeint ist. Beim nächsten wäre Sighting, oder? Nee, aber ich glaube, wenn die nächste oder Sighting weg ist. Also, okay. Ja, das kann natürlich sein, ne?